Seit über 70 Jahren beraten wir unsere Kunden in der Region Trier und darüber hinaus, fachmännisch in allen Bereichen der Elektrotechnik. Wir gehen immer mit der Zeit und unser Name steht zugleich für solide Handwerkstradition. Eine gesunde Mischung zwischen Neuem und Altem, Fortschritt und Altbewährtem. Bist du Elektriker und suchst eine neue Herausforderung oder möchtest du eine Ausbildung im Elektrohandwerk machen? Wir sind immer auf der Suche nach motivierten und fachkundigen Mitarbeitern, um unser Team zu verstärken. Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz und damit eine sichere Zukunft. Bei uns herrscht ein familiärer Umgang. Wir gehen flexibel auf dich ein und unterstützen dich in deiner fachlichen sowie persönlichen Entwicklung. Doch wir von Elektroesser machen es besser und legen mit betrieblichen Sonderleistungen für dich sogar noch einen obendrauf. Ohne Elektronik läuft heutzutage gar nichts. Unser starkes Team freut sich stets über Verstärkung und deshalb sind wir immer auf der Suche nach neuen und kompetenten Kollegen und Kolleginnen, die mit uns dafür sorgen, dass alles ganz entspannt funktioniert. Ich war es